Das wird nicht wieder eine Dorfversammlung verpassen. So, ab jetzt. Oh, würde Zelda das Kreuz nicht so gut tun, würde sie auch noch zocken. So, dann wollen wir mal gucken. Diese Woche ist nicht viel passiert und in unserer Stadt ist alles in Ordnung. Willkommen allerseits, was für ein schöner Sonntagabend. Ich habe wundervolle Neuigkeiten mitzuteilen und danach gibt es Kuchen. Kuchen? Ich bin dabei. Der Staatsstaat Sandfels und unsere Stadt Portia haben beschlossen, eine Straße durch die Eufaula-Wüste zwischen unseren Städten zu bauen. Das wird die Reisezeit mehr als halbieren. Das ist wunderbar. Warum Sandfels? Da gibt es doch nichts außer heißen Sand. Na, das ist doch eine gute Geschäftsgelegenheit. Oh, der Higginschubidei, das ist unser... Ei, guck mal, da ist Ack. Woher kommt denn das Geld, um das zu finanzieren? Sehr gute Frage. Die Regierungen beider Städte finanzieren diese Straße gemeinsam. Wir haben während meiner Amtszeit genügend Rücklagen aufgebaut, also ist die Finanzierung kein Problem. Dies ist Teil eines großen Plans, den ich in den letzten Jahren ausgetüftelt habe, um Portia zu einem Handels- und Reisezentrum der freien Städte zu machen. Hier bei mir ist Mint, ein Ingenieur aus Vega 5. Hallo. Er wird den Bau der Straße leiten. Unsere Handwerker in Portia und Handwerker aus Sandfels werden ihm helfen, dieses Projekt voranzubringen. Wir werden morgen ein Treffen abhalten, um darüber zu sprechen, wie wir dieses Unterfangen angehen wollen. Ach du Scheiße, ey, ich komme mit dem anderen Scheiß schon nicht nach. Bist du doch ganz dicht, oder was? Und eine weitere Neuigkeit ist, dass Gast mir einen Vorschlag für einen Ballonpark in der Nähe des Ententeigs eingereicht hat. Ihr habt schon lange darum gebeten, nun ist er endlich auf meinem Schreibtisch. Ich werde mich so bald wie möglich um die Finanzierung kümmern. Das passt gut in meinen Gesamtplan für Portia. Ja gut, dass ich die komischen Pflanzen schon gebaut habe, ne? Das wäre alles für heute Abend. Kommt und holt euch einen Kuchen mit freundlichen Grüßen von Oma Sophie. Hier, bitteschön. Was denn? Kürbistorte, danke. Cool, die mag Emily. Ich habe Kürbistorte für dich. Wo ist Emily? 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 Hallo, Emily? Emily, weg. Mal wusch mal. Da ist mein Gaul. Toll, dann können wir jetzt noch mehr bauen. Ey, ich komme jetzt schon nicht mehr nach. Emily, läufst du hier gerade irgendwo? Ah, das ist Toady. Emily nicht da. Ich glaube, Emily mag uns nimmer. Und Steuergeldeeinheim sind meinst du? Firefly? So, wir haben erstmal wieder... Ich habe den Scheiß-Ting auf... Boah, die Galle. Äh, den da rein. Den, den. Den nicht. Den lassen wir auch mal hier, weil den will sowieso ständig, äh... Emily haben. Da ist das Zeug vom Baum drin, da habe ich die... Ach, da sind die Vogelnester, okay. Äh... Blablablablabadabadabadada... Genau, da muss ich noch hin. Blum, blum So Ah, der dauert noch zwei Tage So, die machen wir jetzt noch einmal voll Ja, ist ja gut So Er hat noch genug drin Ach, das ist der da hinten Ah, Eisenherz brauchen wir auch schon wieder Sieben Tage, alles klar, viel Spaß So, dann hau ich mal das Zeug mal da rein Ach, scheiße, das muss ich jetzt echt rausnehmen, weil der keinen Sprit mehr hat Shit und Dreck Und dann So, dann können wir hier jetzt noch gucken Was ich hier sehe, aber gar nicht viel, was ich hier stehen habe eigentlich, tatsächlich Ach ja genau, übrigens, sorry Zelda Dann gute Besserung für den Rücken Also das ist hier so das bisserle da Mehr habe ich nicht Und hier steht, wenn man hier drauf geht Steht dann nur Max Ausdauer, Max Gesundheit, Max Ausdauer, Max Ausdauer Angriff plus 3 und Max Gesundheit Und Das war's Also ist jetzt nie so viel Schlaf immer Aufstehen So Dann wollen wir mal gucken Da haben wir schon wieder Von der Handelsgilde 4 Energiesteine und 3 Härtungsflüssigkeit Weil wir dabei geholfen haben Hier Handwerkerinspektion So, Dankeschön Lieber Handwerker, ich weiß nicht, ob du gestern Abend bei der Versammlung warst Aber wir haben beschlossene Straße durch die Eufauler Wüste von hier nach Sanfels zu bauen Wir werden heute ein Treffen in meinem Büro abhalten, um die Pläne auszuarbeiten Spannend, nicht wahr? Ich kann jetzt kaum erwarten, loszulegen So, darf ich da mitreden? Ahem Darf ich da mitreden? Was meint ihr? Ich glaube immer nicht Es ist Montag, wir holen uns Okay Wir holen uns nix Ey, Mietzetatze Komm her du, Pinky Du hast eigentlich Brainy lassen, hä? Miau So Na guck mal, da kommt er ja, der Faule Hund Was wär cool? Wenn du mitreden könnt, meinst? Hätte was, ne? So, erstmal da hin So, was haben wir hier? Zwei Hüte aus einer Lappa Alpaka Wir brauchen drei gestärktes Glas 514 Das weiß ich wenigstens, dass ich's kann Ich glaube auch mal nicht, dass wir mitreden dürfen Aber ich glaube, ich habe gerade so, warum, äh Glaub mir ist gerade eingefallen, warum, äh, Stall Wofür? Glaub ich Das ist echt der faulste Bürgermeister, den ich je gesehen hab Hallo Sonja Dem Kunden gefällt das Spielzimmer wirklich gut Also vielen Dank, dass du es wieder auf Vordermann gebracht hast Keine Ursache Diggen, verpiss dich Die Zubereitung heißer Getränke ist schwieriger als die von kalten Getränken Man muss die Temperatur genau richtig hinbekommen Wirklich? Find ich jetzt nicht Ey, Schokolade, du lebst ja auch noch Komm, Rezepte, was möchtest du heute? Ich möchte ein paar Gerichte mit dir teilen Schau mal, zu welchem du etwas hören möchtest Gericht 1, Apfel Gericht 2, Fleisch Gericht 3, Verwende Katzenjaus Hm Erstmal fighten Apfel Ich würde gern Fleisch Eine weise Entscheidung Ich kenne ein Gericht namens Fleischbällchen mit Gemüsesuppe Alter, halt die Schnauze, ich hab Hunger Um es zuzubereiten, brauchst du nur etwas hiervon Ein Fleisch, eine Kartoffelfrucht Ein Fleisch, eine Kartoffelfrucht Wieso habe ich gerade kein Dodong gehört? Fleischbällchen mit Gemüsesuppe Okay, gehen mit beiden Warum kein neues Rezept Wo ist das Gemüse? Ja, das ist sowohl Stell wieder her Ja, fahre Brühe Wie geht denn die? 2 Fleisch, 1 Pilz, 1 Salz 5 Ausdauer, 2 Fleisch, 1 Salz Es hat überall Salz dabei Salz ist halt schweineteuer Warte mal, die da hinten müssen wir ja wieder weil sonst geht den gleich wieder der Saft aus. So. Dann hier können wir ernten. So. Hier können wir nicht ernten. Nehmen wir hier mal. Enten ist Benzin aufverbraucht. Was soll denn? Ja Mist. So. Da ist auch Benzin aufgebraucht. So einen Scheiß. Falsch. Lass ihn wieder raus. Den brauchen wir auch noch. So. Den da, den da, den da. So. Da und da. Na, ernte da, Mann. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ja, ne, nein. Nein, da doch nicht. So. Den da. Den da. Und den da. So. Dann müssen wir hier wieder durchschmuse. Oh, was hab ich schon. Was liegt denn da? Ah, die ersten sind ausgewachsen. Nein, die Kühe aber noch nicht. Jetzt kriegen wir da von denen auch Zeug. Okay. Dem, was die Zahl da heißt. Diese 100, äh. Bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. So, den haben wir schon. Den haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Oh, du sollst hier. Oh, beiden Stellen hat geklappt. Äh, hallo. Äh, lalalala, nein. Oh, den haben wir. Da haben wir alle, ne? 2 abgenutztes Fell, 2 buntes Fell. Okay. Was ich halt schade finde, dass man hier nur ein so ein Ding machen kann. Ein so ein Stall. Finde ich ein bisschen schade. So. So, hier. 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 So, dann düngen wir auch einmal. Und hier. Und hier. Und hier. Müschen wir hier düngen. Und hier können wir zweimal düngen. Das kommt davon, wenn man hier wieder schleifen lässt, ne? Da geht nur einmal. Hier geht zweimal. Hier geht wieder. Komisch. Hier geht zweimal. Da drüben geht immer noch einmal. Hm. Ah, und die Dreck ist Bäume hier. Oh. Aber die Großen hier, die fressen halt ohne Ende, ne? Wie lange brauchen die denn bitte? Ja. Ja. Müssen wir Dünger kaufen. Da müssen wir Dünger kaufen. Hier. So, 200. Ich düng die doch mal. Wir müssen dann gleich nur Samen holen. Und hier. Und hier. Und hier. So, dann gucken wir jetzt gleich mal hier. Äh. Pigmente. Ach, wir müssen noch auf Salpeta warten. Gut, dann hauen wir das da. Mal hier rein. So. Der kommt aber da unten hin. Der kommt da rein. Ernte, komm mal die, ne. Du kommst da nicht rein. Du kommst da hinten rein. So, dann kommt das da hinten rein. Und das da hinten rein. Eigentlich kommt das in Schneiderreihe, aber egal. So, dann haben wir 5. Da ist er. Da ist er. Dann müssen wir jetzt gleich gucken. Wie viele Disksamen. Wie viele Disksamen hat 43. So. Das ist Sisalsamen. Das ist Sisalsamen. 2 Disksamen. Oh. 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 Okay. Die können geerntet werden. Dann nehme ich doch da mal 2. Dann nehme ich da wieder 5. Hünfe. Weil mehr hat er nicht. Dann muss ich jetzt den scheiß Chip holen. Alter. Wieder 2 Chips. Nrrrfic. So. Kommen wir mal her. Bevor ich dich wieder vergeige. Und ab. Eigentlich taugt der Spieler überhaupt nichts. Weil es hat keinen Fallschaden. Spiele ohne Fallschaden. Taugen nichts. Habe ich irgendwann mal gesagt. So. Chips sind da. Müsst ihr mal wieder Chips farmen. Weil es war mehr nicht. Haben wir keine mehr. Mhhh. So. Hot egal. Auf gehts. Nochmal auf. Müsst ihr wieder. Gow. 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 Hallo Nora. Oh ne. Das ist Tigle nicht blöd. Woh. Kommt der immer mit dem Ding da oben rumlaufen. Also wir werden jetzt blöd Aber gut, ne? Der Tigele ist halt nicht der Tigele Hm? So Willen wir uns wieder sehen, ne? Bombe So Aprikosenbaum Nehme ich auch hin mit Das muss ich erst mal reichen Ich hab gesagt raus da Dum 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 So Dann Und hoppala Oh, hallo Emily Magst du wieder? Ich hab da Kuchen für dich dabei Ja Ich hatte in letzter Zeit keinen Appetit Eine Bestellung Obstsalat Boah Wie sagt sie, ne Frau Es geht nicht mit ihnen Und erschießen darfst ja auch nicht Schlimm Schlimm Hallo Sophia Hallo Sophia Hier kann man jetzt trainieren Wow Emily liebt mein hausgemachtes Essen Vielleicht kannst du mal zum Abendessen kommen Sie ladet mich ja nie ein Bin ich ganz traurig Bei dabei über die Ladesetten bin ich auch sehr traurig Aber 113 gerade, ne? Ist natürlich immer, ne? So Dann kaufen wir mal nur 100 Schauen wir mal und hoffen, dass es irgendwann einen besseren Preis macht Natürlich immer, wenn mir der Dünger ausgeht Dann, äh Hm Dann jetzt Oma so viel Scheiße teuer Als ob es jetzt riechen würde, ne? So Du packst dich mal da hin Und bleibst stehen So Dann So Oma no Eukisht Okay Erst einmal Ich mir dat datierig auf den Piss So Das ist ein Duja So geht doch Dann So Den brauchen wir Ähm So Den da rein Was ist denn das da? Sie sah da 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 Haben doch von denen gerade 10 Nick successfully, oder? Bin ich jetzt Meshugi oder was? Erstmal sooo So Ja ne, da habe ich auch keine drin Wo sind die Dinger jetzt? Alter, du scheißt mich jetzt das Spiel oder was? Ja jetzt ist 18 Uhr, jetzt kann ich eh keine mehr holen Oh, fuju alter Ey das ist doch beschiss Die brauchen den Großen Brauchen den Großen und die brauchen den Großen Die Disks sind weg wie die Semmeln, die zwei Chips sind weg und äh Ja toll Die ganzen Vasa ne Wir machen da jetzt mal Fünfe Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Hier kann man nirgends Hier kann man schon wieder So, dann hier Hier Äh, mal nachfüllen Hier auch mal nachfüllen Hier 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 Hier